Oh, eine neue Aufnahme und ein neues Video. Die nächste Horror-Map mit einer ganzen... Hast du da auch so 20... Ja, ein bisschen 20 Münzen einsammeln. Mal gucken, wie die Horror-Map ist. Die Horror-Map davor war... Nicht Horror, sondern... Langweilig. ...döde, zum Kotzen, langweilig. War gefühlt ein paar Rätseles und... Die erste Münzen haben wir da schon. Wir müssen wirklich alle Münzen einsammeln. Und wir brauchen natürlich einen Schlüssel. Und der ist... Auf dem Tisch, wo es sich... Wo, wie es sich gehört. Ich bin schon wieder so richtig krass, wie diese Heavy Rain... Äh... Äh... Ähm... Mapp spielen wieder. Die war echt geil. Welche Map? Diese, äh... Äh... Dunkle Regen da. Diese, äh... Wo ich... Wo die ganz dunkel war mit den... Geistern da. Mit den Puppen da. Die war echt gut. Auch ne... Die Höhe geht so schnell zu, wie da auch kommen. Hallo? Man... Wie viele Farben der Regenbogen hat, oder was? Weißt du, wie viele Farben der Regenbogen hat? Sieben. Ich... Ich achte nie da drauf. Wir brauchen... Ein Ei. Ah! Wir brauchen ein grünes Dino-Ei. Wo? Für hier. Für den Ofen. Oh Gott, okay. Wir möchten... Igeleier beraten, anscheinend. Wo ist denn das Ei? Die Kiste ist nichts. X1. Ich hätte als erstes gewusst, dass da mal ein grünes Lichter ist, auf dem Stuhl, aber das ist auch nicht. Die ist es nicht. Das ist nicht. Ah, das ist nicht. Ah! Oh mein Gott! Das ist ein bisschen sehr versteckt gewesen. Warte mal. Warte. Wow. Oh. Oh, ein anderer Weg. Ich glaube, nicht so behindert, du bist hässlich. Ah, das mir hat ein Labyrinth. Wie langweilig. Oh Gott. geräusch kubel gesehen haben wir auch immer lauten ton von skidiert nein das ist der richtige weg auf jeden fall ich wollte schon sagen kann mit auswendig können es ist kacke er muss direkt hier macht er geht nicht bei dir kann die hebe gar nicht mehr nutzen open steht bei mir amazon auf habe ich doch schon so schwierig so schwierig mein gar nicht mal die sieben hier ist ein bett wir brauchen apfel aus den apfel mal nicht gesehen in der wochen aber ich kann gut vorstuhren sein könnte ich habe den apfel aber ich bin nicht auf hier bei mir ab wir haben ein apfel ja mann ob ich schnell die tüte zugegeben die tüge zufurt mit einem durch gelaufen was in der Kurschneid zu tun was um ich habe auch schon ist gut wusste es ist weil ich glaube die Sekunde mit den Schuhen scheint Ah, hier ist ein Schiebel. Ah, cool. Weil in einem Raum, wo über mir ist, da ist ein Hebel drin. Oh, Alter. Ah, Rain, Ball, Rain. So. Ich habe 10 von 20 Coins und du. Ich auch. Hallöchen, du kleiner Kobold, du bist hässlich. Ich gehe mal den anderen Weg lang. Yes. Gibt es bei mir einen Jumpscare, wenn ich da hingehen tue? Nein, hier gibt es gar nichts. Nichts. Doch, hier geht es weiter. Bei mir geht es weiter. Bei mir geht es weiter. Oh. Oh. Wie viele? Hey, einer. Hallo. Einer. Alter. Meine Fresse. Sie können auch überlegen noch. Hallo. Da bin ich auch nicht fertig. Guck mal, ich will ein Zoller. Oh, ne. Wow. Das ist halt so schwierig. Oh mein Gott. Oh, look under the hood. Oh, look under the hood. Schau unter den hood. Oh, look under the hood. Schau unter den hood. Don't touch me. Das ist... Ah, war schon wieder ein Key. Das ist super. Okay. Ah, ich habe den Schlüssel. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Äh, Mitte. Ah, ist das super. Also Mitte ist es nicht. Rechts. Rechts, Mitte. Das ist rechts. Nein, er hat mit rechts. 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 Rechts ist es auch nicht. Hä? Versuch mal links. Weil, äh, hä? Ich springe von da nach links. Da, so schnell kannst du nicht. Guck mal, hier ist es links. Links. Hab's. Da unten liegt was. Ein Ei. Das einsame Ei hätte es nicht geschafft. Lass mich raten. Hier gibt es irgendwo einen Hebel. Ach, ja. Hier. Oh mein Gott. Das ist so sch... Ey. Okay. Auch wenn wir wieder zu kurz, wahrscheinlich die Fackeln. Nee, die Fackeln. Ach, hier vielleicht. Na. Ambus wahrscheinlich. Hä, was musst du da abschießen? Ist immer noch zu. Oder müssen wir hier irgendwas? Hä? also langsam komme ich mich verarscht vor ich habe irgendwie schon alles abgeschossen geht nicht auch das ist neu muss doch ich irgendwo machst du sich noch mal drauf schließen level 19 also die aufnehmen geht schon wieder zweites piloten bisschen schwer fast durch wir brauchen wir schon wieder bestimmt irgendein schlüssel oder war und lass mir raten der ist unter der treppe nein ich nicht echt nicht alter es ist so unnötig verschlossen ring bell für Endgame ja ok, du musst in den Glocken klingeln, das war's dann so und das war's für den nächsten HorrorMap die ich wieder keine HorrorMap war, sondern eher eine Komplett! Youssef, play our gate to cease the overending Happy Gut, dann bis zum nächsten Mal alle, hoffentlich auch hier bis zum nächsten Mal Tschüss